Kannst du den richtigen Code herausfinden, um zur nächsten Stage zu kommen? Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen heute probieren, 10 verschiedene Level zu schaffen und dann am Ende den geheimen Code finden, um in die nächsten Spiele reinzukommen. Schau bis zum Ende, um alle Lösungen zu erfahren. Schau mal, Kasper! Hier, wir müssen den Code eingeben, um zu ihm kommen. Oh nein, aber was ist der Code? Warte mal, ich probier mal was. 0, 1, 2, 3. Und Enter. Ja, zu verweigert. Wir versuchen es erneut. Okay, warte mal, wir müssen anscheinend den Code finden. Warte mal, ach, man sollte vielleicht richtig lesen. Guck mal, da steht, und das liest den Text an der Wand hinter dir. Ja, hier, nimm das Fernsehen, das Schaus im Fenster, jemand hat den Zugangscode zur Haupttür. Ah, mach mal, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Da, ich sehe den Code. 6, 4, 5, 3. Ja, ja, okay, er ist nicht auch so lesen können. Ich habe ja noch keine unpaar Augen. 6, 4, 5, 3. Und Enter. Ja, sehr gut, okay, optimal. Oh Gott, hier sind... Es gibt anscheinend pro Raum 4 Stages. Ah. Ah, okay, dann lass mal direkt in dem Raum mitversuchen. Mal gucken. Das Einfachste, ne? Mal gucken, wo hier der... Ah! Ach, Mann, ey. Als ob du drauf gehst, ist das die leichtste Orbi der Welt? Gar nicht. So, okay, jetzt bin ich hier und das... Oh Gott, die erste Ziffer des Codes liegt hinter dir. 4. Ah, wir brauchen aus jedem Raum den Code. Okay, das heißt, hier haben wir jetzt 4. Ja, ja, hier haben wir jetzt 4. 4 ist schon mal die Zahl Nummer 1. Okay, aber was ist die nächste? So, ich spring jetzt mal ganz kurz weiter. Mal gucken, ob wir hier weiterkommen. So. Dann die zweite Stelle ist kurz. 7. 4, 7. Wow, 4, 7. Merken, ne? Ganz, ganz wichtig. 4, 7. Dann hier vorne ist Stufe 3. Oh Gott, da musst du dir so hochzittern, ne? Ja, zeig mal Stufe 3. Ah, du darfst nicht zu schnell sein. Du darfst nicht zu schnell sein. Du musst aufpassen. Okay, okay, okay. Du darfst dich die Wand oben berühren. Aha. Oh, Mann, aua. Ich weiß, da musst du ganz... Ich hab gerade berührt. Ey, ich hab auch wieder berührt. Hä? Ist voll schwierig, dich nicht zu berühren. Man muss hochspringen dabei, sag ich dir. So, ich hab's, ich hab's. 4, 7. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier kommt jetzt. Okay, so. 4, 7, sagst du. Ey, Mann, ich war so weit beim letzten Sprung. Hä, wieso? Hä, wie bist du beim letzten Sprung draufgegangen? 2. Ja, weiß ich auch nicht. 4, 7, 2. Ja, noch Stufe 4 müssen wir jetzt machen. Okay, gut zu wissen. So, dann geh ich mal drauf hier. 4, 7, 2. Stufe 4. So, 4, 7, 2. Oh, das wird auch immer schwerer, ne? Das ist halt sehr, sehr krass. 4, 7, 2. Ja, geht eigentlich. Also, wir sind noch im ersten Level, ne? 4, 7, 2, 0. Aha. Okay. 4, 7, 2, 0. Sehr gut zu wissen. Also, dann gib mal einen da den Code. Genau, ich gib mal einen jetzt hier. Level Nummer 1. So. 4, 7, 2, 0. Und 3. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. 3, klassisches Hobby. Okay. Oh, jetzt geht es hier direkt weiter. Wollen wir hier wieder anfangen mit Stufe Nummer 1 an, ne? Ja, die ist ja einfach. Einfach. Also, das ist ja so die einfachste Hobby, die man sich hier vorstellen kann. Wer hier drauf geht, der ist wirklich schlecht. So, jetzt haben wir hier 8 einmal. Nummer 8. Okay, wieder zurück. Dann warte, geht es jetzt hier bei der nächsten. Ja, hier vorne. Ah, ich bin mal ein Kild eingeblieben. So, hier muss man... Was ist denn das? Alter, das ist ja so easy. Okay, such du die Zahl raus. Ich such die auf der anderen Seite raus. 8, 5, 4 ist es. 8, 5, 4 schon mal. 8, 5, 4. Oh Gott. Ja. Und die letzte Zahl ist was? Ich muss ja nur gerade auslaufen. Lauf, 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 lauf. Okay, ich habe es mir gemerkt. Ja, was ist es? 8, 5, 4, 6. 6. Okay, gut zu wissen. Dann kommen wir ran hier. Wir drücken auf Enter. Zack. Und es ist auf. Sehr, sehr schön. Thematisches Hobby. Okay, dann mach du mal Stufe 1. Ich mach Stufe 2. Ja, ich gucke hier mal. Wow. Die war ein Erdloch einfach mal. Ich glaube, ich darf mir die Autos nicht berühren bei mir. Oh Gott. Du musst ja auch ein Labyrinth hier oder sowas. Du musst ja echt ganz vorsichtig laufen. Du musst ja echt aufpassen. So, wir hatten. Hier ist der Leiter. Okay, welche Zahl hast du? Ich bin doch nicht gar nicht am Ende. Alter, das war voll der lange. Lauf, 8 habe ich. 8 ist die erste. Ich habe meine vergessen. As-Wenn. Ich glaube, meine war 2. Wir gehen schon mal zu 3. Ich muss noch mal ganz was gucken. Ja, ja, ich mach gerade die 3. Ich glaube, es war 2. Oh, das sind einfach so Haie unterwegs. Ne, es war eine 3. Ey, wie habe ich nichts vergessen? Dann haben wir 8, dann haben wir 8, 3 schon mal. Okay, 8, 3. Das war Alzheimer. Ja, 8, 3. Oh Gott, meint ist ja übertrieben leicht. Meint ist ja übertrieben leicht. Meint nicht. 8, 3, 7 ist bei mir. Ne, du bist das Letzte. Also 8, 3, dann eine Zahl und dann 7. Und dann 7, okay. Okay, warte. 8, 3. Ich habe es geschafft jetzt hier. 8, 3, 5, 7. 8, 3, 5, 7. Okay, ich warte auf dich. Komm her. Ja, warte. Und aktivieren. Jawohl. Sehr gut. Wir haben schon die Hälfte jetzt erreicht von den Hobbys. Junge, Junge, Junge. Krass. Okay, dann warte. Es geht weiter hier. Komm. Okay, ich gehe bei Stufe 2 und 3. Wir teilen uns wieder auf hier. Das geht dann schneller. So, zack. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall von Ding zu Ding rüber. Ey, ist auf jeden Fall schon deutlich, deutlich schwerer als vorher die ganze Zeit. Bisschen auf jeden Fall schon. So, ich habe hier eine 1. Das ist deutlich schwerer hier. Zack. Ich habe eine 1. Das hast du? Ey, ich schaffe das hier nicht. Ich bin noch nicht am Ende gewesen. Äh, ich da... Okay. Äh, so, zack. Dann machen wir das mal ganz kurz mal. Oh, oh. Alter, du bist ja voll die Maschine. Äh, ist doch einfach. Die Maschine, Alter. 6. Ich habe es schon wieder nicht. Also 1 und 6. Ja, also 6, 1. Dein Ernst? Das ist die Stufe 1. 6, 1. 6, 1. Ich mache jetzt hier kaum. Ich mache jetzt mal die 4. Ich mache jetzt die 3. Oh Gott, das ist schwierig. 6, 1. 3, 9, 4, 0. Gib mal einen da. 3, 9, 4, 0. 6, 1. 3 habe ich. 6, 1, 3. Okay, ich habe es, ich habe es. Der Code ist 4 bei mir. Die Zahl. Ja, ich habe gerade alle meine Zahlen vergessen. Das ist ja wohl jetzt nicht dein Ernst. Ja, du hast so viele Zahlen auf einmal gesagt. Das ist ja wohl jetzt nicht dein Ernst. 6, 1. Guck mal, die hat das hier. Die hat das hier. Guck mal, 6, 1. 6, 1. Du, was ist denn bei 3 nochmal? Was ist denn bei 3 nochmal? 6, 1, 3, 4. Ja, ja, genau das war er. Ja, okay, ja, sehr gut. Alter, Glück gehabt. Dann, gehen wir rein, Stufe 1. Ich muss auf jeden Fall die Zahlen irgendwie besser merken. Ja, 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 du hast... Ich glaube, du vergisst das. Ich glaube, die Leute müssen das einfach in die Kommentare schreiben. Ja, du hast auf einmal mit 10 Millionen Zahlen gesagt, das mich verwirrt. Ja, weil das auch voll schwer war. 5. Merken wir uns. 5. Eine Handvoll. 5. Okay. Du, wow, lauf. Was hast du gefunden bei dir? Ich habe die erste, das war 2. Also 2, 5 ist es schon mal. 2, 5. Okay, das kann ich mir auf jeden Fall merken. 25. Bist du bei 3 rein oder wo bist du rein? Ich bin bei 3 jetzt gerade rein. Okay, jetzt muss ich hier über die ganzen Teile rüber springen. Wo bin ich denn? Wieso? Oh mein Gott, ich bin gestorben und bin jetzt wieder hier respawned. 2, 5, 7. Hä, was? Als ob? Jetzt warte nochmal der Code. 6, 1, 3, 4, ne? Ja. Ah, jetzt habe ich es. Hä? Alter, das war ja voll komisch. Also wir haben... Ich habe da auch respawned, wenn du drauf gehst. Okay, weil man selber eingeben muss. Wir haben 2, 5. Jetzt habe ich den einfach schon wieder vergessen, weil du schon wieder irgendwelche Zahlen gesagt hast. Ja, dann mache ich hier. Ich mache hier auch Stufe 4. Also 2, 5 weiß noch. 25. Und dann... 25 kann man sich ja easy merken. Als nächsten 7. Bei mir ist 7. Okay, 2, 5, 7. 2, 5, 7. 0, 2, 5, 7, 0. Ist 0 bei dir? Ja, ja, ja. 2, 5, 7, 0. Dann gehen wir weg hier, Fräulein. 2, 5, 7, 7. Ey! Sag mal! 2, 5, 7, 0. Hallo? Ist kaputt jetzt gerade. 2, 5, 7, 0. Was machst du? Was macht die denn? Was gibt es denn da ein, Alter? Das ist falsch. Ich habe die 3 eingegeben. Das war die. Du gibst da irgendwas komisches ein. So, wir gehen jetzt hier. Alter, lass mich doch eingeben. Alter, hör auf jetzt. Ja, dann machst du halt. Aber die andere tippt auch die ganze Zeit. So, warte mal. 2, 2, 5, 7, 0. Jetzt schnell. Enter. Enter. Ja! Oh, ich sieht das nicht. Ich sieht das nicht. Die sieht das nicht. Jetzt geht die Tür echt zurück. Oh mein Gott. Wo bist du denn? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist Squid Game oder sowas. Ja, das ist doch kein... Nee, das ist ein ganz normaler Park. Das sieht aber krass aus. Ich habe auch einen Park bei mir. Okay, ich gehe mal einen Park mal rein. Ja, ich meine es. Wir gucken mal bei mir Nummer 1. Was lenkt das? Oh, die Switcher. Disconnect. Was? Oh mein Gott. Hier wieder rein jetzt? Ich bin jetzt hier gerade im Sommer. Das sind also anscheinend alles Jahreszeiten, glaube ich. Ah, das kann sein. Ja, stimmt. Ich habe jetzt hier die 9. Die 9. Okay, dann die Zahl Nummer 1. Oh, hier auf den Baum auf oder was? Nee, nee. Warte mal, warte mal. Ich habe die 3. Also 3, 9 ist es schon mal. 39. 39. Und die 39. Okay, sehr gut. Okay, ich gehe jetzt hier in den Herbst rein. Du musst dann im Winter halt reingehen. Ja, mache ich, mache ich, mache ich. Oh Gott, hier regnet es voll doll. 39. 39. 39. Nicht einbrechen hier. Nicht einbrechen. 39. Was ist das denn jetzt? Automatisch? Was steht da? Automatisch? Keine Ahnung. So, jetzt haben wir als nächstes 4. 6. Also 3, 9, 4, 6 ist der Grund. 3, 9, 4, 6. Ey, ich würde mich, dass sie wieder... Die kann das doch nicht so schafft. So schnell schafft die das doch nicht. Was? Hä? Was? Als wenn die es schon weiß. Was? Was? Oh mein Gott, was? Jetzt haben wir genauso gewusst. 3, 9, 4, 6. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ey, das war richtig gut von der, ne? Ohne Spaß. Ja, safe, safe, safe. Wie schlecht ist das denn da? Okay, ich gehe jetzt hier über diese Lollis rüber. Ich habe hier so Eistüten gerade. Dann nehmen wir mal so Sandwich-Eis. Auch wichtig auf jeden Fall. Oh, ich habe jetzt sehr... Und wir haben Zahl Nummer 7 als erstes. Ich habe die Zahl Nummer 2. Also 7, 2, 72. 7, 2, okay. Dann gehe ich mal hier wieder 4 rein. Oh Gott, es gibt auch eine Horror-Edition von dem Spiel, steht hier. Oh mein Gott, was? Das spielen wir auch nochmal. Ja, das spielen wir auch nochmal. Ey, jetzt weiß ich meine Zahl schon nicht mehr. Was haben wir nochmal? Ah, 7, ne? 7, 2 war das. 7, 2, genau. Ey, Mann! 7, 2 und dann 7, 2, 4. 2, 7, 2, 4. 7, 2, 4. 7, 2, 4. Ne, ihr habt hier gerade verhauen, meine Obby. Und rüber hier. Oh Gott, hier ist schon wieder eine Zahl. 7, 2, 4. Ja, und die letzte ist die Zahl 1. 1, okay. Das geht ja echt voll klar. Also 7, 2, 4 steht schon mal dran. Und jetzt die magische... Und gib die 1 ein. Ja, sehr gut. Und Enter. Ja, schnell durch. Let's go. Check dir das. Oh, der eine rennt einmal mit. Der eine rennt einmal mit. Oh Gott. Oh mein Gott, ich muss rechnen. Ich muss hier rechnen. Oh mein Gott. Ist das mitkommen? Komm mit hier. Komm, wir rechnen jetzt mal ganz kurz. Ich kann nicht so gut rechnen. 8 plus 7. Das ist ja easy, ne? 15, das ist ja voll leicht. Das ist ja übertrieben leicht. 15 minus 7, hä? Ja, ja, ist ja 8. Voll leicht. Übertrieben leicht. 4 mal 8 ist 32. 32, 12 durch 6 ist 2. Hä, das war ja voll leicht. Das war ja einfach 8, okay, die 8. Okay, die 8. Okay, dann mach du die hier links, die Optik. Ich mach hier links, dann mal Stufe 3 gerade. Okay, oh Gott. Also die 8 haben wir schon mal. 8, 8, 8, 8, 8 merken wir uns. 8, ganz, ganz wichtig, einprägen die 8, ne? 8 und die 2. 82. Und die 82. Ja, die 280 merken wir uns. Wir haben 8, 2, 9. 8, 2, 9. Und die letzte ist... 8, 2, 9, okay. Ja. Oh Gott. Hier verschwinden die Dinger einfach. Oh, ich seh es gerade. 8, 2, 9. Alter, du Meister. Okay, wir haben die 8, 2, 9. 9. Und die 5. Und die 5. Okay, ich hab das für dich eingegeben. Und Enter. Zack, ist auf. Sehr gut. Wir sind jetzt hier in der thematischen OB. Oh Gott, was ist denn hier? Oh mein Gott, hier gibt es verschiedene. Guck mal, hier ist so anscheinend so Liebe oder sowas. Hier ist so Valentinstag oder sowas, ne? Ja, bei mir auch. Stimmt, stimmt. Hier lang. So, ich mach ganz was lang. So, zack, zack. Und die erste Zahl ist die Zahl Nummer 2. Sehr gut. 4 hab ich. Also 24. Ja, dann haben wir 2. Und dann geh ich... Ich geh jetzt mal 4. Du gehst mal 3. Okay. So, ich hab 24, merk mal. Ey, was? Ich bin drauf gekommen. Das ist ja mega easy hier. Ja, das ist echt mega easy. So, zack. Bam, bam, bam. Hab ich. Okay, 2, 4, 7. 2, 4, 7. 24, ja. Ja, 2, 4, 7. 2, 4, 7. Du hast bei dir. Und ich hab bei mir, wir haben jetzt 2, 4, 7 und die 5. Und die 5. Okay, eingegeben. Enter und es geht los. Ja, Level Error. Oh mein Gott. Ist das jetzt ein Geheimlevel? Ja, Glückwunsch, weil wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Was? Wie gut. Was ist hier alles? Guck mal. Ey, man kann ja voll viel machen. Guck mal, siehst du das? Finding Yeti und sowas. Da gibt es so viele Spiele, die man spielen kann. Oh mein Gott. Voll die coolen Sachen. Paradise Island und sowas. Alter, okay. Und da vorne sogar so Zombies und sowas. Ja, ich würde sagen, wenn ihr auf jeden Fall jetzt ein Like da lasst, dann spielen wir auf jeden Fall nochmal Feinballbutton in Horror Edition. Machen wir. Let's go. Ja. Das soll es gewesen sein, Freunde. Wenn ihr Feinball mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.